Was muss ich über Gallen Dallgard wissen? Das hier wird nicht leicht. Gallen Dallgard, der Sklaventreiber. Er wurde mit seinen Freunden bei der Matma-Brücke gesehen. Die ordentlichen Behörden weigern sich gegen ihn vorzugehen, weil er mächtige Freundin in dir hat. Aber irgendeine namenlose Sehne ist bereit, Geld dafür zu zahlen, dass Gallen sein dessen Atemzug tot. Es ist offenbar etwas Persönliches. The Krull, das klingt interessant. Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll. Ein mörderischer Druin, Kult angeführt von einem Impregva. Die Kreatur wird Daphne genannt und offenbar hat sie sich mit ihren Anhängern in einer Höhle in der Lodgelandschaft niedergelassen. Ich stoppe mir diese Piraten. Kapitän Murami. Er macht hauptsächlich Jagd- und Valianische Schiffe. Und er hat gerade Beantwortungskompass angelegt. Ich weiß nicht, wie lange er bleiben will, aber das ist deine Chance, ihn auszuschalten, bevor er wieder in See sticht. Dann lebt wohl. Kopfgelder abgeschlossen. Ja, lassen wir das mal durchblättern. Lavendel und Lauge hinzugefügt. Okay. Kopfgeld für Glastial abgeschlossen. Kopfgeld Leech-Midin-Rosca abgeschlossen. Kopfgeld auf Torfen ist abgeschlossen. Kopfgeld auf Formina ist abgeschlossen. Ich glaube aber, das ist jetzt der letzte Bulk an Kopfgeldern hier. Neues Kopfgeld auf Dal- Dal- Dal-Gard. Kopfgeld auf Daphne. Kopfgeld auf Kapitän Murami. Muarumi. Muarumi. Okay. Auf einer entlegenen Insel im Truss von Kippe steht der berühmte Apotheker Tamawatuatrenk und Salben her, die von Nasitak bis an den Südrad der östlichen Abschnitts bekannt sind. Er sagt, das Geheimnis seines Erfolgs sei sein Standort innerhalb des Archipels, von wo er nicht nur Zugang zu einer riesigen Aussage einer einheimischen Kreaturen und Pflanzen habe, sondern auch zu Kaufleuten aus allen besiedelten Teilen der Welt. Seit kurzem werden Tamawas Haus und Laboratoren immer wieder von Piraten überfallen, sodass er nahezu täglich von einer Insel zur nächsten fliehen muss. Die Kunden des Apothekers und Tamawas viele Kinder haben die Piraten angefliegt, die Verfolgung einzustellen. Vergeblich. Auch die vom Festland ausregierende Herrscher von Ambed sind nicht bereit zu helfen. So wurden Söter aus dem östlichen Abschnitt angeheuert. Das ist doch was für Palegina. Level Up für Duits. Äh, Athletik. Ein Bonus-Zauber der dritten Stufe. So. Dann gucken wir mal kurz. Also, Torfen. Ich habe das Kopfgeld für Torfen eingefordert. Für Glastial. Für Lidschmedia Drosca. Und für den hier auch. So, jetzt haben wir... Die Waldläuferin Formira hat Reisenden in den Waldland-Ebenen gekündigt. Angeblich befähigt sie den Rudel groß und wilder Tiere. Die Einheimischen haben ein Kopfgeld auf Formina ausgesetzt, damit die Reisenden in den Wald-Ebenen keine Angst mehr vor ihr haben müssen. Ich muss sie finden, sie töten und ihren Kopf als Beweis zurückbringen. Käpt'n Muahumi. Der berüchtigte Rau-Taipa Kapitän Muahumi hat den Ansatz Kompass angelegt. Das ist eine seltene Gelegenheit, sich das Kopfgeld zu verdienen, das seit langem auf mir ausgesetzt ist. Es ist ein stattliches Kopfgeld auf den Piraten Käpt'n Muahumi ausgesetzt. Ich habe die seltene Gelegenheit, mir das Kopfgeld zu verdienen, denn da wurde den Ansatz Kompass gesichtet. Wenn ich ihn töte und seinen Kopf zurückbringe, gehört das Kopfgeld mir. Ein seltsamer mörderischer Kult von Druinen hat sich um eine Mempethra namens Devin gebildet. Die Gruppe nutzt seine Höhle in der Nordlandschaft als ihr Hauptquartier. In der Nordlandschaft hat sich ein Druinen-Kult um die Mempethra herum gebildet. Ich muss die Höhle des Kults finden und dort Devin töten, die Anführerin. Ihr Kopf wird als Beweis ihres Ablesens dienen. Ohne Devin wird der Kult auseinanderfallen. Der Druinen-Kult von Devin haust in der Nordlandschaft-Höhle. Ich muss Devin töten und ihren Kopf als Beweis an mich nehmen. Galen Dallgard, der ätherische Sklavenhändler Galen Galdraht, wurde an der Matmar-Brücke gesehen. Matmar-Brücke gesehen. Es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Es ist ein Kopfgeld auf den berüchtigten Sklavenhändler Galen Dallgard ausgesetzt. Laut Fürgen hält er sich auf der Matmar-Brücke auf. Ich muss ihn töten, um seinen Kopf als Beweis mitnehmen, um das Geld zu erhalten. Matmar-Brücke war die hier oben. Also erst Anslogs Kompass, dann Matmar-Brücke. Dann Waldend-Ebenen, dann die Nordlandschaft. Okay. Klingt jetzt doch nicht so viel Arbeit. Okay. Okay. Klingt halt noch ziemlich viel hin- und herreisen. Better indeed. So, das heißt, erst mal Anslogs Kompass. Der wird dann wahrscheinlich da drüben am Kompass direkt sein. Ich glaube nämlich kaum, dass er in die Feuchtsporenhöhle gegangen ist. Und es gibt ja einen Anleger für Schiffe dort. Nur 50 Kupferpanzer haben wir bezahlt für unsere Leute. Also ja, ich meine, hier müsste der dann eigentlich sein. Hätte ich jedenfalls geschätzt. Nicht langsamer Modus, sau, nicht Pausenmodus. Ja, wo könnte er sonst, äh, sonst sein? Der wird sich doch nicht ernsthaft in der Meereshöhle verkrochen haben. Okay, hier im Xauri-Plager wird er sich kaum verkriechen. Da muss er ja in der Höhle sein, weil hier... Ab hier macht es ja keinen Sinn. Okay. Oh ja, Tatsache. Sehr viele Rao-Tai. Okay. Itomagi ist ziemlich schnell gefallen. Oh ja, nein! Ah! Oh ja, nein! So, okay, Kader kann wieder Oger schnüren, aber wenn wir die gerade schon nicht mehr brauchen. Okay. Jedem wäre sehr viel Geld, Goldskillinge vor allem und Kupferstücke. Sogar Goldsulen. Oh, jetzt... Geld eingesammelt. Jetzt, gerade jetzt findet Kana... ...eine außergewöhnliche Akebuse. Markieren, verwirrt, außergewöhnlich. Hä? Oh, hätten wir nicht für Zagadi noch ein Beil, ein Gutes? Hm. Ein Außergewöhnliches hätten wir für sie. Aber das können wir da nicht rausnehmen gerade. Oh ja, jetzt hat Kanna endlich mal eine Wumme. Das ist halt so das Gemeinde im ersten Teil, weil man ja im Dürrwald unterwegs ist, wobei im Dürrwald ja eigentlich auch dank Markrad viel Zunder verteilt wird, dass es halt wenig Schusswaffen gibt, Gute. So, dann wollen wir zur Matmarbrücke. Hier müssen wir jetzt auch dann wieder suchen, wo sich unsere Beute versteckt hält. Können wir aber vorstellen, dass sie da unten sind. Entweder da unten oder hier oben irgendwo. Tja, nach da unten sieht es leider nicht aus. Okay, hier oben beim toten Wild sitzt sie auch nicht, also kannst du doch da drüben sein. Oder sie sind direkt auf Wolfen der Straße. Also? Keeping an eye out. Yes? Of course. So, Alof schaltet So, Alof schaltet mal schnell den indirischen Zauberer aus. Kana beschwört... Pagode... Äh, nicht Golemsoke. Also, blaue Flammen sind schlimm. Ne, das bleibt dran. Der tut es schon ein bisschen stärker. Also, join arms! Das war's für heute.